Alberto Guerra Naranjo Gebrochene Herzen unter anderen Umständen Seit meiner Kindheit gehen mir bestimmte Bilder nicht aus dem Sinn. Eins verfolgt mich in letzter Zeit. In aller Morgenfrühe läuft eine Frau nackt über eine Blumenwiese. Vielleicht stammt es aus irgendeinem fernen Film oder einem Buch, an das ich mich nicht erinnere. Jedenfalls hat sich die Szene in meinem Kopf festgesetzt und dort will sie nicht wieder heraus. Ich sehe sie laufen, die Frau natürlich, aber wenn sie nicht erscheint, male ich mir aus, wie sie läuft. So oft habe ich es mir vorgestellt, dass das, was mir am Anfang ein wohliges Gefühl verschaffte, der nackte Körper, das wogende Haar im Rhythmus der Schritte, die unschuldig hüpfenden Brüste, das Gegenlicht der Sonne, die Blumenwiese, allmählich das Gegenteil bewirkte. In aller Morgenfrühe läuft eine Frau nackt über eine Blumenwiese, ist im Grunde ein Bild des Unglücks, eben weil es vor Glück überquillt. So viel Idylle ertrage ich nicht. Der Morgen, die Blumenwiese, die Sonne am Horizont, Sie erzeugen die Stimmung einer Zeitlupenaufnahme. Für den unbedachtesten Zuschauer müsste klar sein, dass außerhalb des Bildausschnitts ein junger Mann mit offenen Armen auf sie wartet. Das ist immer so. Im Kino und überall. Am Anfang war ich selbst der junge Mann und für eine Weile war es überaus tröstlich, sie nackt in die Arme zu schließen und zwischen den Blumen zu lieben. Als es mir langweilig wurde, beschloss ich, mich auszutauschen. Als erfahrener Voyeur setzte ich einen anderen an meine Stelle, bis das Bild verbraucht war. Dazu muß ich sagen, dass ich, wenn ich an die nackte Frau auf der morgendlichen Blumenwiese denke, danach eine Geschichte erfinde und sie monatelang in meinem Kopf mit mir herumtrage. Schon seit geraumer Zeit treibt mich diese Blumenwiese um. Ich finde sie kitschig, abgedroschen. Beim letzten Mal habe ich es geschafft, sie zu ersetzen, indem ich sie wegließ und der Frau dafür eine Plastiktüte in die Hand gab. Was zuerst idyllisch war, fast irreal, wurde unversehens zu einem eher heiklen Bild. In aller Morgenfrühe läuft eine Frau nackt mit einer Plastiktüte. Das ist schon etwas anderes. Ich brauche nur Plastiktüte hinzuzufügen, schon verfliegt dieses Gefühl der Wonne und ich werde unruhig. Und während ich sie vor meinem geistigen Auge laufen sehe, ahne ich, dass sie Laura Miranda heißt oder zumindest so genannt wird. Bei einem anderen Namen wäre es mir unmöglich gewesen, den Gang der Ereignisse zu skizzieren, den dieser Wechsel mit sich bringt. Wenn jemand Laura Miranda heißt, kann man das schmecken. Es ist ergiebig, ganz anders als zum Beispiel Julia Pérez Pérez. Ich stelle sie mir angekleidet vor. Jung, dynamisch, wie sie eilig aus irgendeinem wichtigen Gebäude tritt. Es könnte ein Unternehmen sein oder ein Ministerium. Doch wenn ich mir sie so durchschnittlich vorstelle, kann es sein, dass ich hinterher keine Leidenschaft für sie empfinde. Sie geht verloren unter Bergen von Papier oder in der Menge und ich bekomme sie nicht zu fassen. Außerdem scheint mir der Name Laura Miranda weder für Büroangestellte noch für Ingenieurinnen angemessen. Der Name würde auf läppische Weise im Büro vergeudet. Lieber würde ich ihn zum Beispiel beim Rundfunk verwenden. Laura Miranda könnte eine angesehene Sprecherin von Hörspielserien sein, die gerade ein wenig eilig aus dem Sender kommt. Ich stelle sie mir unscheinbar vor, alltäglich, gleichgültig gegenüber der äußeren Welt, wie sie sich an der Bushaltestelle in die Schlange einreiht und auf ein Kamel wartet. Es ist keine große Kunst, zumindest für mich nicht, sich eine Frau namens Laura Miranda auszudenken, die ungeduldig in einer Schlange wartet, welche sie hasst und dennoch klaglos hinnimmt. Das Wort Gedanken verloren könnte also durchaus treffend sein, um sie für die Zeit, die sie in der Schlange steht, zu beschreiben. Sagen wir, sie denkt daran, zur Arbeit zurückzukehren. Für jemanden, der auf ein Kamel wartet, ist es allerdings ein Anlass zu ernsthafter Sorge, wenn einem das Wort Rückkehr in dem Sinn kommt und man noch nicht einmal losgefahren ist. Außerdem wirft das Wort Rückkehr eine andere Frage auf. Warum Rückkehr? Wenn ich mir anschaue, wie sie dort an der Bordsteinkante steht und die Autos Richtung Westen vorbeifahren sieht, möchte ich ihr folgende Erklärung anbieten. Laura Miranda muss zurück zu ihrer Arbeit, weil an diesem Abend mit allerlei Prominenz eine Hommage an Felix Becarnier stattfindet. Sie macht Zeichen, heftet ihre Blicke auf die Autos mit staatlichem Nummernschild, verflucht ihr Pech, wenn die Chauffeure ungerührt weiterfahren oder ihrerseits Zeichen machen, um anzudeuten, sie führen nicht weit. Der Urvater aller Radionovelas, das heißt Felix Becarnier, ein ganz und gar vergessener Künstler, ist dank Laura Mirandas Talent wieder auferstanden. Zufällig, aufgrund dieser Kapriolen des Schicksals, die in dem Wort Zufall mitklingen, stieß sie auf eins seiner unvollendeten Hörspielmanuskripte und schaffte es schließlich, das Stück im Sender durchzusetzen. Über Nacht und unter den ungläubigen Blicken zahlreicher Kollegen war sie nicht länger die kleine Sprecherin von Nebenrollen, sondern wurde zur gefeierten Künstlerin. In aller Stille hatte sie mit ihren eigenen Worten und denen des Meisters gerungen, gebrochene Herzen den neuen Verhältnissen angepasst und sich dann, als Titel und Skript überarbeitet waren, mit Leib und Seele daran gemacht, den Sendeleiter zu überzeugen. Ein ebenso schwieriges Unterfangen, wie zu dieser nachmittäglichen Stunde ein Auto anzuhalten. Dank Felix Becanier und Laura Mirandas Bemühungen wurden die Fernsehzuschauer in kürzester Zeit gleichsam durch postmoderne Magie wieder zu andächtigen Hörern von Radionovellas. Selbst eine Elektrogerätefirma nutzte den Erfolg und überschwemmte die Stadt mit billigen kleinen Radius der Marke Sonido. Ich stelle sie mir glücklich vor, trotz der leidigen Warterei auf den Bus, stelle mir vor, wie sie sich vorstellt, welche Wendung ihr Leben nehmen wird, wenn sie ein paar Stunden später zur Arbeit zurückkehrt. Gebrochene Herzen ist ein ungeheurer Erfolg. Auf keinen Fall darf sie, Laura Miranda, die Begründerin dieses Erfolges, das Fest verpassen, auf dem der Kulturminister ihr bestimmt persönlich gratulieren wird. Das ist auch der Grund, warum Laura Miranda sich in die Schlange eingereiht hat. Ich stelle mir ihre beharrlichen Versuche vor, einen Wagen anzuhalten. Die brütende Hitze, den aufmerksamen Finger, die zahllosen Gedanken, von denen ihr der Schädel brummt, der Schädel einer Künstlerin, die nicht vom Fleck kommt. Sie müsste längst zu Hause sein, sich waschen, etwas essen, nachsehen, ob alles in Ordnung ist mit der alten Amalia, und dann zurückfahren. Die 20 Pesos, die sie in der Handtasche hat, will sie sich für ein Taxi aufsparen, falls es etwas spät wird. Dort an der Bordsteinkante könnte Laura Miranda denken, dass Film und Fernsehen sie mit offenen Armen empfangen, wenn sie erst den Kultusminister kennengelernt hat. Gott gibt nicht oft eine Chance, aber diese hat er ihr gegeben. Gebrochene Herzen ist das größte kulturelle Ereignis des Landes, und noch hat sie, Laura Miranda, nicht eine Minute Fernsehen in ihrem Lebenslauf. Kein Mensch kennt mich, sagt sie sich, aber heute Abend werdet ihr mich kennenlernen. Und dann, im Stehen, eingezwängt, die Handtasche vor sich, um Dieben keine Gelegenheit zu geben, führt sie ihre Überlegungen im Bauch des Kamels fort. Ich stelle sie mir glücklich vor, eine Hand um die Tasche geklammert, die andere an der Lehne eines Sitzes. Und als wäre nicht ich der Schöpfer ihrer liebenswerten Existenz, erlaube ich ihr zu agieren, lasse sie frei die Heldin meiner Träume sein, auch wenn ich mir hin und wieder gestatte, an ihrer Geschichte ein wenig zu drehen. Durchs Fenster betrachtet sie die betrübten Gesichter der Leute, die nicht mehr zusteigen konnten, stellt fest, dass es draußen angefangen hat zu regnen, und entdeckt dabei, so als gehörte es nicht hierher, das Spiegelbild ihres eigenen Gesichts in der Scheibe. Laura Miranda ist hässlich, dünn mit einer zu großen Nase für Hauptrollen. Kaum jemand würde sich mit einem solchen Gesicht trauen, zum Film oder zum Fernsehen zu gehen. Sie weiß das. Ich nehme an, dass sie es weiß. Doch seit ihrer Kindheit kann sie einen alten Chor berühmter Langnasen als strafmildernd anführen. Sie hat sie im Samstagskino entdeckt. Wann immer sie depressive Momente hat, singt dieser Chor ihr nun, mal dirigiert von Barbra Streisand, mal vom kleinen Dustin Hoffmann ins Ohr, dass auch hässliche Menschen ihre Chance auf Erden bekommen. Wenn sie wenigstens solche Brüste hätte wie die Blonde daneben ihr oder eine kleinere Nase und volle Lippen, um die Schminke zur Geltung zu bringen, dann sehen die Dinge schon anders aus. Du liebe Güte, denkt sie, dann wäre ich nicht ich selbst, sondern diese Frau, blond, groß, die Fingernägel allzu feilbereit. Es gäbe gebrochene Herzen nicht und Felix Bécarnier wäre immer noch ein vergessener Künstler. Wichtig ist, in Bewegung zu bleiben, sagt sich Laura Miranda, und plötzlich, als unterhielte sie sich mit sich selbst, hört sie von irgendwoher ihre eigene Stimme. Ein Fahrgast am Ende des Ganges hält ein Radio in den Händen und strahlt, als würde er dem Land einen großen Dienst erweisen. Das kleine Batterieradio der Marke Sonido erlaubt allen um ihn herum, der Stimme von Laura Miranda zu lauschen. Bald begreift sie, dass dies nicht das einzige Sonidoradio ist, aus dem ihre Stimme erschallt. Denn hinter der Blonden hat ein Mann mit Aktentasche sein eigenes hervorgeholt und erlaubt einer rundlichen Dame mit Einkaufsnetzen, mehreren Oberstufenschülern und eben jener Blonden, die neuesten Kümmernisse und Missgeschicke der Heldin zu verfolgen. Dank Laura Miranda umringen viele Menschen im Kamel diese Sonidoradios. Doch Radio ist etwas anderes. Beim Radio kommt es auf die Stimme an und sie, die beste Sprecherin ihres verfluchten Senders, dieses Stalls von Neidhammeln, dieses Frustladens voll negativer Schwingungen. Sie fühlt sich elend. Keiner erträgt sie. Die Mittelmäßigen, sagt man, ertragen es nicht, dass jemand Erfolg hat. Und sie erinnert sich, dass Rocky, der Leiter des Senders, ihr vor einer Weile gesagt hatte, Lorita, das funktioniert nicht so, wie du das denkst. Und wie funktioniert es, Rocky, wenn man das erfahren darf? Langsam, damit du schnell vorankommst. Noch langsamer. Ich an deiner Stelle würde mich nicht beschweren. Du hast Glück gehabt. Weißt du, wie viele Leute mit einem Skript unterm Arm herkommen und auf eine Chance hoffen? Du hast es geschafft. Das überzeugt mich nicht, Rocky, wirklich nicht. Geh's langsam an. Behutsam. Scheiß behutsam, Rocky, denkt sie, und ihre Hand will sich gerade von der Rückenlehne des Sitzes lösen, als der Bus in den Kreisverkehr vor dem Sportstadion einbiegt und der ganze Haufen in der Kurve durcheinanderwirbelt und gegen Laura Miranda prallt. Um ein Haar wären die beiden Sonidoradios zu Boden gefallen, die dafür sorgen, dass ihre Stimme im Bauch des Kamels weiterlebt. Mit Behutsamkeit wäre Kanye immer noch vergessen und der Sender hätte nicht die meisten Zuhörer. Gebrochene Herzen ist ein Erfolg. Rocky wird die Serie wiederholen müssen, wenn die Hörer dies wünschen. Aber ich bin nur der Leiter, Laurita, vergesst das nicht. Nicht mehr als der Leiter. Radio ist doch scheiße, Rocky, vergänglich. Ein paar Sekunden und alles ist durch die Mühle gedreht. Entweder wir nutzen den Augenblick oder der Zug ist abgefahren. Gebrochene Herzen kann man nicht zweimal am Tag senden, hatte Rocky gesagt und mit dem Kugelschreiber gespielt. Nie sieht er mir in die Augen dieser blöde Hund, sagt sich Laura Miranda. Nur wenige im Sender trauen sich, sie direkt anzusehen. Der Wachmann vielleicht, der am Eingang so gerne das Personal beschnüffelt. Oder Digner, die Pförtnerin, die immer einen starken Kaffee-Marzneifläschchen bereithält, wofür sie sich dann eine ihrer Geschichten anhören muss. Über diese Langfinger, die den Touristen auflauern. Oder über den Vergewaltiger, der schon seit Monaten zu einer Geißel für die Frauen in der Stadt geworden ist. Alles Schmus, der mit Kaffeegeruch diesem Mund entströmt, aufgepumpt bis zum Gehtnichtmehr, um mit ihrem und Kanjes Talent zu wetteifern. Zum Schluss dann ein schneidender Pförtnerinnensatz und ein fester Blick in die Augen. Doch die anderen im Haus, angefangen bei Rocke, spielen lieber mit ihren Kugelschreibern und denken, solange es in einem Kamel zwei Leute mit Sonidoradios gibt, solange in seinem Bauch die Radionovella zu hören ist, so lange läuft alles ganz wunderbar in der Stadt. Und die Briefe, Rocke? Sag nicht, ich hätte die Briefe erfunden. Ich habe jetzt eine Versammlung. Wir können auf dem Fest weitersprechen. Du kommst doch zum Fest, oder? Natürlich kommt sie zum Fest. Klar gehe ich zum Fest, sagt sich Laura Miranda, die gerade aussteigen will. Wer außer mir hätte mehr Anrecht auf dieses Fest? Wer außer ihr hätte mehr Anrecht auf dieses Fest? Gebrochene Herzen wird noch gesendet werden, wenn ich längst nicht mehr Laura Miranda heiße. Dann hört sie ihre Stimme aus den beiden kleinen Radios und ist glücklich, weil sie eine erfolgreiche Hörspiel-Sprecherin ist. Eine sehr erfolgreiche. Sie betrachtet die Gesichter ringsum, die das tragische Schicksal ihrer Person verfolgen und lächelt. Und auch wenn keiner dieser Menschen, keiner ihrer Hörer sie erkennt, man bewundert sie, dank dem Talent von Felix Becarnier und dem Schicksal, das ihr sein unvollendetes Manuskript zugespielt hat. Die Beine von Laura Miranda weichen den Pfützen aus. Nicht, dass sie irgendwo ausrutscht. Sie trägt keine Absätze, aber sie weiß, sie muss aufpassen. Sie geht über den Bürgersteig an der Eckbar vorbei, Gedanken verloren. Ihr ist nicht danach, einen Blick in die Bar zu werfen, um zu sehen, wer von den üblichen Rumtrinkern in das Schicksal der Figuren aus gebrochener Herzen vertieft ist. Sonst hat sie oft, wenn sie vom Bus kam, eine Weile das Gesicht des Barmanns betrachtet, die Unmenge von Ellbogen auf der Theke, die schmutzigen Gläser mit Krakeler, den Mann, der ruft, sei doch still, wenn jemand grölend hereinkommt. Doch dieses Mal, dieses einzige Mal betrachtet sie die Leute in der Bahn nicht. Wenn sie hineingeschaut hätte, hätte sie ihren Körper im Spiegel gesehen, so wie sonst, die ewigen Betrunkenen und einen neuen Gast mit Bart, Rucksack und Glas in der Hand, der in die Radionovella vertieft ist und dabei die Beine der Frau mustert, die gerade aus dem Bus gestiegen ist. So sehr ist Laura Miranda in Gedanken bei dem Gespräch mit Rocky. So wild tanzt sein Kugelschreiber noch in ihrem Kopf, dass ein Radfahrer sie anbrüllt, als sie an den Bahnübergang kommt und ihn nicht bemerkt. Hätte das Fahrrad nicht so gute Bremsen gehabt und der Mann nicht den Lenker herumgerissen, wären alle ihre Pläne, ihre wohlüberlegten Worte für den Minister, der Applaus und die Urkunde, die sie entgegennehmen würde, in tausend Stücken neben einem schmerzenden Körper auf dem Boden gelandet. Merkwürdig, aber seit diesem Schrei, dem Manöver des Mannes und ihrem Erschrecken, habe ich das Interesse an dem genauen Bild von Laura Miranda verloren. Ich spüre eine Distanz, so als hätte ich niemals eine Frau dieses Namens erfunden. Ich lasse sie ohne weitere Zwischenfälle mit den Leuten, die aus dem Kamel ausgestiegen sind, ihren Weg fortsetzen. Sie ist nur eine von vielen, die den Regenpfützen ausweichen. An diesem Punkt lässt sich die Geschichte nicht weiterverfolgen. Ich kehre also kurzerhand zu dem Bild mit der Blumenwiese zurück und versuche es nochmal von vorn. Doch es hilft nichts. Sobald ich an den Bahnübergang komme, brüllt jemand Laura Miranda an und ich stecke fest. Vor ein paar Tagen hat sich in meinen Gedanken jedoch eine Lücke aufgetan. Statt den weiteren Weg von Laura Miranda zu verfolgen, bleibe ich bei dem Bild des Mannes auf dem Fahrrad. Ich gebe ihm Gestalt, wende meine bewährte Methode an und schon ändern sich die Dinge. Sie fließen, statt mich festzuhalten. Ich stelle mir den Mann in einem alten Pullover vor, mit einem ansehnlichen Bauch, den Stummel einer erloschenen Zigarette zwischen den Zähnen und auf dem Gepäckträger zwei Eimer mit Essensresten. Er radelt langsam. Ich lasse ihnen Bussen ausweichen, Fußgängern, anderen Fahrrädern. Längst sind der Bahnübergang und die Frau, die er angebrüllt hat, weit hinter ihm. Natürlich weiß er nicht, dass das Laura Miranda war, die berühmte Sprecherin von gebrochener Herzen. Ein paar Stunden später könnte er es aber erfahren. Wenn ich sein Bild entwerfe, schieße ich gelegentlich über das Ziel hinaus. In letzter Zeit habe ich es jedoch geschafft, es mit wenigen Pinselstrichen auf den Punkt zu bringen. Ich sehe ihn in Gedanken radeln und kann so skizzieren, was er gleich tun wird. Zum Krankenhaus fahren, wo Junaisi arbeitet. Die Essensreste abholen, einen Liter Rum kaufen und zu Hause die Schweine füttern. Ich halte es für angebracht, mir vorzustellen, dass die Schweine nicht ihm gehören, auch nicht das Haus. Zum ersten Mal aber werden Junaisis Schenkel ihm gehören. Er könnte Navarrete heißen und seit dem Angola-Krieg die rechte Hand seines Chefs sein, der heute einen Betrieb leitet. Da der Chef nicht da ist, sorgt Navarrete dafür, dass die Schweine nicht verhungern und bei der Gelegenheit und in Gesellschaft von Junaisis Schenkeln kümmert er sich um das Haus. Junaisi, Küchenhilfe im Krankenhaus, unterhält sich mit den Patienten über gebrochene Herzen, doch als sie vom Fenster aus Navarrete in den Hof fahren sieht, bricht sie das Gespräch ab. Navarrete greift mit den Händen tief in die großen Abfallkübel des Krankenhauses, während Junaisi bei den beiden Fahrrädern auf ihn wartet. Sie ist glücklich, denn heute werden sie sich einen schönen Tag machen. Ich stelle mir Navarretes Ellenbogen vor, an denen Reste von Bohnenreis kleben, die überquellenden Eimer mit Abfällen, den perfekt ausbalancierten Zigarettenstummel, den Gestank, den scheußlichen Gestank, als sie die Fracht auf dem Gepäckträger verstauen. Jetzt radeln sie über den feuchten Asphalt. Navarrete kauft in der Bar den Rum. Junaisi, die sehr viel jünger ist, als er, wartet draußen, sieht ihm mit zufriedener Miene zurückkommen, legt die Flasche in die kleine Holzkiste auf ihrem eigenen Gepäckträger und mault, weil die Kiste schon voll ist. Mit bloßem Oberkörper, verschwitzt und ohne Zigarettenstummel im Mund, kippt Navarrete die Speisereste in den Hof, verteilt das Futter mit beiden Händen, streichelt die Schweine in Begleitung von zwei Schäferhunden und ist selig, weil er sich Junaisis Schenkel ausmalt. Die Ellbogen immer noch verschmiert, steht Navarrete im Hof und rätselt, was Junaisi gerade kocht, rätselt, was Junaisi zwischen ihren Schenkeln verbirgt und die geifernden Hunde schmiegen sich mit gebleckten Eckzähnen an die Mauer. Navarrete ist überzeugt, dass kein Einbrecher über die Mauer kommt, sieht sie sich dennoch genau an, damit er beruhigt sein kann und fasst sich an die Beule zwischen den Beinen, denn es ist das erste Mal, dass er Junaisi vernaschen wird. Junaisi hört beim Kochen zum x-ten Mal die Kassette mit gebrochenen Herzen, die ein Patient ihr geliehen hat und heult wie ein Schlosshund über Laura Mirandas Tränen, während Navarrete, dieser Flegel, gefühllos und fast so bös wie der Bösewicht aus der Serie an sie herantritt, ihr das Kleid hochhebt und sie trotz seines Bauches wie wild von hinten nimmt. Diese profanen Bilder erlauben es mir, mit der Geschichte von Laura Miranda fortzufahren. Ich weiß nicht wieso, aber ich kehre zum Bahnübergang zurück. Navarrete brüllt sie an, Pass auf, wo du lang fährst, du dos leo kuh! Und sie registriert, dass dieses Zweirad sie beinahe umgefahren hätte. Aber nicht nur sie hat es registriert, auch mehrere Augenpaare konnten es von der nahen Bar aus im Spiegel erkennen. Darunter die Augen des bärtigen Mannes mit Rucksack, der das Hörspiel Hörspiel sein ließ, sein halbvolles Glas Rum in einem Zug austrank und hinter Laura Miranda herzulaufen begann. Besser gesagt, hinter der Blonden, die zusammen mit Laura Miranda aus dem Bus gestiegen war. Denn kaum hatte der Mann die Beine der Blonden auftauchen sehen, da verspürte er einen unbeschreiblichen Kitzel. Eine ungeheure Erektion, einen heftigen Drang, ihren Schritten zu folgen, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Wenn er die andere überhaupt wahrnahm, das heißt Laura Miranda, dann nur, weil der Mann auf dem Fahrrad sie angebrüllt hatte. Zwei Straßen weiter. Rucksack auf, Fusel im Hirn, setzt er seine fröhliche Verfolgung fort. Speichel fließt aus seinem Mund, als er sich die Beine ganz aus der Nähe ausmalt. Der Rucksack wiegt nichts, die vereinzelten Regentropfen fallen nicht auf seinen müden Körper. Kein Radfahrer hat Laura Miranda angebrüllt. Wie alles andere um ihn her ist Laura Miranda nur ein Trugbild. Nichts außer diesen schönen Beinen existiert für den bärtigen Mann. Die drei entfernen sich in dieselbe Richtung, alle drei hängen ihren Gedanken nach. Doch für den Verfolger wird es einen günstigen Moment geben. Muss es geben. Beim Anblick eines geschliffenen Messers wird die Blonde keine Einwände haben und ihm gehören. Das weiß er. Deshalb ist er so zuversichtlich. Geht langsam, ohne auf die andere zu achten, die neben ihm hergeht. Er muss nur den nächsten Block erreichen. Doch wieder alle Voraussicht, zufällig, aufgrund dieser Kapriolen des Schicksals, die in dem Wort Zufall mitklingen, kommt jemand mit einem Cape in der Hand auf die Blonde zu, umarmt sie, küsst sie mit großer Geste auf den Mund und bietet ihr unerwartet Schutz. Und der Bärtige mit Rucksack und gezücktem Messer weiß nicht, wohin mit seinen Gelüsten. Er sieht sie unter einem Regencape am Arm dieser Erscheinung davon gehen und möchte am liebsten weinen. Die Welt ist wieder die Welt, auf den Gehsteigen stehen wieder Wasserpfützen, gleich wird es dunkel und die dünne Frau, die jemand am Bahnübergang »Dusslige Kuh« geschimpft hat, ist wieder Laura Miranda. Natürlich kennt er ihren Namen nicht und ebenso wenig könnte er sich vorstellen, dass diese dürre Gestalt zu der Sprecherin gehört, die ihm seine Träume versüßt. Ein paar Sekunden bleibt der Schnaufen stehen, Regentropfen kullern ihm über das Gesicht, im Kopf die Beine der Blonden, der Schwanz schon steif. Aber nicht alles ist verloren, denkt der Mann und kostet diesen Körper, schließt seine Finger um das geschliffene Messer, geht schneller, drückt diesen Hals zusammen. Nicht alles ist verloren dank dem Zufall dieser Kapriolen des Schicksals, die in dem Wort Zufall mitklingen. Für Laura Miranda sind die nahen Dünste dieses Mannes unerklärlich, bedrohlich, erst recht das Messer. Sie will gehorchen, brav sein, doch ein Rinnsal fließt ihre Beine hinab und die Schuhe stehen in einer Pfütze. Geh schon, oder ich steche zu, Püppchen, meinem Püppchen, dringt es mit alkoholischer Schwere an ihr Ohr. Der Arm auf ihrer Schulter kommt ihr so vertraut vor, wie der des Mannes, der auf die Blonde wartete, und wie unbeteiligt lässt sie die Pfützen hinter sich, die Busse, die Kamele, die Straßen, die Stadt, das Leben. Doch die Klinge eines Messers erinnert sie jede Sekunde daran, dass sie ganz und gar diesem Mann gehört. Sie geht über Trampelpfade vorbei an Häusergruppen, an einer hohen Mauer entlang, die ein großes Anwesen umschließt. Sie hört bellende Hunde auf der anderen Seite, hört die Stimme eines Bewohners, der wissen will, was los ist, hört Schweine, hört ihre eigene Stimme in gebrochene Herzen, ohne ihren Hörern sagen zu können, dass sie Laura Miranda ist und sich gerade in die Schuhe gepinkelt hat. Sie will in alle Winde schreien, dass sie sich wegen dieses Mannes und eines scharfen Messers noch die Kehle durchschneidet, wenn sie auf dem holprigen Weg stolpert. Doch alle Hilfe liegt weit hinter ihr. Der Radfahrer, die Möglichkeit, auf jemanden zu stoßen, der auf Anhieb begreift, dass ein Kerl mit diesem Aussehen unmöglich eine Frau begleiten kann, die eben erst aus einem Rundfunksender gekommen ist. Dann liegt sie auf einmal nackt, gefesselt, in einer Ecke einer ehemaligen Grundschule, umgeben von den Dünsten und dem tiefen Groll dieses Mannes. Nur die regenfeuchte Luft schenkt ihr ein wenig Geborgenheit, erlaubt ihr zu atmen, frische Erde zu riechen. Doch sogleich entdeckt sie, kaum zwei Meter entfernt und genau in ihrer Größe, das Loch, in dem man sie begraben wird. Der Knebel hindert Laura Miranda daran zu schreien, und sie bricht in Tränen aus. Der Schmerz über die Nähe dieser Grube ist zu groß. Sie begreift, dass das Ende des unvollendeten Hörspielskripts das Ende ihres Lebens ist. Sie weint, verflucht das Kamel, das sie genommen hat, verflucht den Kulturminister, verflucht Felix Becarnier und gebrochene Herzen, verflucht die alte Amalia. Immer habe ich gesagt, sie wird mich noch überleben, und das habe ich nun davon, denkt sie. Laura Miranda hätte bis zum Fest im Sender bleiben können, hätte das Gerede der Pferdnerin ertragen können, hätte ihre Lippen mit starken Kaffee aus Medizinfläschchen lau befeuchten, wütenden Seitenblicken von eifersüchtigen Kollegen standhalten, Worte für den Minister abwägen und formulieren können. Doch Amalia, die alte Amalia sitzt da in ihrem breiten Sessel und erwartet, dass sie nach Hause kommt und ihre Pflicht tut. Schließlich wirst du das alles übernehmen, wenn ich sterbe, etwa nicht, dann verdien es dir, sagt sie zu ihr. Wer hat ihr, Laura Miranda gesagt, sie soll nicht in einem Krankenhaus von Havanna geboren werden, wer hat ihr dieses ewige Wohnungsproblem in die Wiege gelegt, wer hat sie aus ihrem kleinen Dorf herausgeholt, sie in einen Zug gesetzt, damit sie ihr Glück versucht und ihr dann das verfluchte Skript von gebrochener Herzen vor die Füße gelegt. Für den Augenblick ist Weinen ihr einziger Trost. Währenddessen nimmt der Mann in aller Ruhe einen Schluck aus der Flasche. Er weiß genau, dass er Herr über die Nacht ist und über Laura Miranda. Neben ihm liegt das Messer, das Geschliffene und gibt ihm die Sicherheit eines jeden Schuldigen und ganz in der Nähe die Hacke und die kleine Schaufel, mit denen er das Loch gegraben hat. Laura Miranda blickt wieder zu der Grube. Dieser ganze Aufwand, die Worte von Félix Becarnier, seine Wendungen und Varianten, die alte Amalia, die Gaune und die artigen Senoritas, die es an die heutige Zeit anzupassen galt, alles bloß, um am Ende in einem feuchten Loch zu landen. Sie zerfließt in Tränen, kommt sich verloren vor, doch ein innerer Drang zu überleben lässt sie jede Regung des Mannes im Auge behalten. Sie beobachtet ihn, nimmt seinen ungewaschenen Geruch wahr, das düstere Pfeifen, das tückische Lächeln, als er ihr Geschlecht betrachtet. Er kratzt sich am Bart und nimmt einen weiteren Schluck, als würde er irgendwo in den Bergen campen. Lächeln, das ist ein Schwarz haben, kleines Luder, sagt er, als er ihr zwischen die Beine fasst. Aber er spürt keine Erektion beim Streicheln. Jede andere wäre ihm lieber gewesen. Er muss an die Beine der Blonden denken, um etwas zu spüren. Er kann sie noch so lange anschauen, bei ihr, bei Laura Miranda will die Lust nicht kommen. Während er sie anfasst, geht er im Geiste vielleicht die Sammlung schöner Beine durch, die er besessen hat, und dabei auch die Male, bei denen er, nach dem Vergnügen, nicht anders konnte, als beschämt, fast weinend, diese Frauen um Verzeihung zu bitten, bevor er sie erstach. Alle diese Beine kommen ihm viel schöner vor, als die Gänsehaut die er jetzt streichelt, und während seine Finger lustlos über ihren Körper wandern, ahnt er vielleicht, dass es sein letztes Mal sein wird. Deshalb, und weil sie einfach keine Figur hat, findet er nichts an ihr begehrenswert. Doch der Zufall, diese Kapriolen des Schicksals, die in dem Wort Zufall mitklingen, hat sie ihm über den Weg geschickt. Ist nun mal passiert, kleines Luder, sagt er sich. Jetzt musste er hier nur noch hochkommen, und auf Knien schiebt er sich an die Gänsehaut von Laura Miranda heran. Er befühlt lächelnd jeden ihrer Körperteile, reibt sich die Hose im Schritt, aber alle Mühe ist umsonst. Also will er erst einmal Zeit gewinnen, öffnet vorsichtig den Rucksack, nimmt eine Plastiktüte heraus, ein kleines Sonidoradio, eine Petroleumlampe, die er anzündet, und ein paar Pastebrote. Sie sieht, wie er an die Wand der kleinen Schule gelehnt, ist, wie er rülpst, wie ein Schwein, wie er das Radio anstellt, sich eine billige Omedecido ansteckt, einen kräftigen Schluck nimmt und sich zufrieden über die Lippen leckt. Degner, die Pförtnerin, hatte sich nicht geirrt, als sie vor dem Kerl warnte. So oft hatte sie ihre Gruselgeschichten erzählt, dass man meinte, sie stammten aus dem Samstagskino. Niemand im Sender ertrug sie so geduldig wie Laura Miranda. Die Opfer waren alle aus dem Bekanntenkreis, Nachbarn der Pförtnerin, Freunde von Freundesfreunden, die dank ihrem Mundwerk unter Kaffee-Duft Gestalt annahmen. Mädchen, Knaben und Frauen, vergewaltigt, zerstückelt, verscharrt, eine haarsträubende Sammlung, der auch sie angehören würde, sobald ihre Leiche ein von Würmern wimmelnder Brei von jemandem gefunden würde, der dann die Neuigkeit verbreitete. Kleines Luder, ein kleines Luder bist du, sagte der nackte Mann, der endlich eine Erektion hat und mit halb aufgebrauchter Zigarette wieder zwischen den Beinen von Laura Miranda kniet. Er knetet sie und spürt die Gänsehaut der Frau nicht mehr, weil sie sich für ihn in die Blonde verwandelt hat. Die Beine, die er berührt, sind die Beine der Blonden. Die Scham, auf die er spuckt, um dieses Stück Fleisch zu schmieren, ist die Scham der Blonden. Das wütende Stoßen, der Alkoholdunst und die gestünden Flüche verlieren sich im Körper der Blonden. Doch die Frau, die dort zittert, ganz nah an einer Grube, ist Laura Miranda, die Hauptdarstellerin von gebrochener Herzen. Eine Frau, die leidet wie ihre Figuren und spürt, wie sie unter den plumpen Bewegungen eines Mannes stirbt. Komm schon, Kreis Luder, schreit er verzweifelt und ist sie, zerreißt sie, während sie sich auf die Fessel um ihre Handgelenke konzentriert. Das einzig Wichtige ist, am Leben zu bleiben, Laura Miranda, dich noch eine Weile von dieser Grube fernzuhalten, weiterzumachen mit gebrochene Herzen, die Serie so oft zu wiederholen, wie die Hörer es wünschen, eine eigene Wohnung zu finden, Roque, den Minister zu überzeugen, ein für allemal zum Film und zum Fernsehen zu kommen. Gründe genug, sich mit einem Strick ins Fleisch zu schneiden, das Brennen auf der Haut zu spüren, die Träne, die ihr über die Wangen rollt. schreit. Einzige Wichtige ist, am Leben zu bleiben, Laura Miranda, auch wenn dieser Mann sich bärtig und befriedigt aufbäumt und in alle Welt schreit, machte die feuchte Luft einatmen. Sie wird versuchen, ihm zu entschlüpfen und davon zu rennen, ohne dass der bärtige Mann aufwacht. Zuerst aber muss sie sich mit einem Knoten abplagen. Auf gut Glück unter all dem Fuseldunst wird sie den Versuch wagen. Ich stelle mir ihre Nervosität vor, wie sie schwitzt, als hätte sie es selbst genossen. Dieser schlafende Mann auf ihr hat alle Zeit der Welt. Bald wird er sie für immer begraben. Verhindern kann sie es nur, wenn sie es schafft, den Knoten zu lösen. Sie konzentriert alle ihre Kräfte darauf, diesen Knoten zu enthirnen. Die Uhren des Universums halten ihre Zeiger an, damit Laura Miranda eine Fessel abstreift. Doch ihre Nerven nehmen das nicht wahr, lassen sie im Stich. Der Knoten ist fester als ihr Wunsch. Die Absicht überwiegt die Zuversicht. Aus dem Sonido Radio hört sie die Worte des alten ist Danislau, die Stimme des Senders, ihres Senders, Worte, die wie durch ein Wunder zu ihr dringen. Der Alte bittet vielmals um Entschuldigung und informiert und die Zuhörer sollte dort dort sein, im Sender und verhindern, dass der alte Ansager ihren Raum einnimmt. Doch der Zufall, diese Kapriolen des Schicksals, die in dem Wort Zufall mitklingen, hat sie an den Rand einer Grube geführt. Laura Miranda kämpft mit dem Knoten, weint. Sie ist die Heldin des Stücks, nicht dieser mittelmäßige Typ. Sie hat schon genug gelitten wegen seiner legendären Stimme, Schlucke, die seinetwegen bitter schmeckten, Klatsch und Tratsch, Flurgeflüster, Intrigen, damit gebrochene Herzen unter allen Umständen scheitert. Laura Miranda, die jetzt beim Minister steht, versucht ihm, ihr Wohnungsproblem zu erläutern, die Unannehmlichkeiten, den ganzen Stress, ihren sehnsüchtigen Wunsch eines Tages zum Film und zum Fernsehen zu kommen. Doch wie immer lassen sie die Nerven im Stich. Sie stammelt irgendwelche Wörter, der Minister versteht, klapst ihr auf die Schulter und fordert sie auf, mit ihm einen Rundgang durch den Sender zu machen. Laura Miranda ist eine glückliche Sprecherin, Rocke ist auch glücklich, ein glücklicher Sendeleiter. Sie will ihm gerade sagen, sehen Sie, Herr Minister, wenn Sie vielleicht einfach nur, doch der klapst weiter auf ihrer Schulter. Sie kommt nicht dazu, mit ihm zu sprechen, weil der alte Ansager ihn ebenfalls belagert. Und Rorke und der Wachmann und die Pförtnerin und alle, die sich jemals den Minister im Sender vorstellen konnten. Laura Miranda hat ihn vor sich und die Wörter kommen ihr nicht über die Lippen. Aber die Fessel, diesen Fallstrick des Schicksals, die hat sie abstreifen können. Jetzt muss sie nur noch versuchen, unauffällig herauszukommen. Und dann laufen für immer seinem Groll und den dünnsten entrinnen. Verehrte Rundfunkhörer, wiederholt der Sprecher. Und der bärtige Mann wacht auf. Der Speichelfaden, der seinen Mund mit dem Körper von Laura Miranda verbindet, zerreißt. Er hat gemerkt, dass im Radio die Dinge nicht so laufen wie sonst und er braucht ein paar Sekunden, lauscht auf die Worte des alten Estanislau. Dann begreift er. Es müsste doch Musikal herkommen, sagt er. Bringen sich aber wohl nicht. Doch immer dasselbe. Mit einem Gähnen, noch voller Dankbarkeit, erhebt er sich von Laura Miranda, schaut sie böse an und beklagt sich erneut, dass die Blonde nicht da ist. Er lehnt sich an die Wand, verflucht die Worte des alten Ansagers, steckt sich eine Zigarette an und nimmt einen kräftigen Schluck. So ungestüm, wie er die Flasche ansetzt, ahne ich, dass er sie mehr als dringend braucht, um sich wohlzufühlen. Sein Schwanz, der die Lust nicht überlebt hat, ruht schromplig zwischen seinen Beinen. Doch der Alkohol wird dafür sorgen, dass er bald wieder steht. Er weiß das, fasst ihn an, reibt ihn mit leiser Wonne und blickt dann zum Radio. Schade, sie heute nicht Musikalia bringen, sagt er. Er sucht das Gespräch und gestikuliert, als befände er sich in einem riesigen Theater mit Laura Miranda als einziger verängstigter Zuschauerin. Dann ganz rätselig reibt er sich zwischen den Beinen und erklärt mit hektischer Zunge, dass er ziemlich romantisch ist, weißt du, ein Fan von Musikalia. Und dass sie mit romantischen Liedern viel mehr Spaß gehabt hätten. Richtig genossen hätten sie es, kleines Luder, dass doch nichts über einen guten Fick mit guter Musik geht. Und dass er schließlich nichts dafür kann. Sie kennt doch dieses Lied. In deiner letzten Nacht sollst du dich amüsieren. Aber dass sie Musikalia abgesetzt haben, dass der Minister persönlich diesen Leuten gratulieren will, dass er sehen will, ob sie die Nase vorn haben mit ihrer Serie, dass diese Laura Miranda ja toll sein muss, dass sie bestimmt Geld wie Heu hat, dass sie die Regisseurin ist, die Autorin, die Hauptdarstellerin und die am meisten Interviewte im Radio. Dass ein Glückspilz ist, wer mit Laura Miranda zu tun hat. Und ob ihr diese Serie gefallen hat, dass er nämlich ein guter Beobachter ist, dass er ihr ansieht, dass sie gebildet ist, lange Nase wie die Nutten, die sich lustig machen über die Leute, die sich Serien anhören. Ein Glückspilz, wer mit Laura Miranda zu tun hat. Dass er eines Tages auf sie wartet, bis sie rauskommt und sie hierher bringt, dass er ihr hat und sie nicht geantwortet hat. Dass sie ihm verzeihen soll, kann ja kein Mensch antworten mit so einem Lappen Mund. Dass wir langsam Vertrauen zueinander bekommen, nicht? Passt mal auf, nimm jetzt den Lappen raus. Wenn du schreist, bist du erlegt. Aber hier hört dich ja sowieso keiner. Hast du verstanden? Ob dir die Serie gefällt, verdammte Scheiße! natürlich gefällt sie mir, sagt Laura Miranda, und es kommt ihr vor, als hörte sie die Stimme einer Toten. Aber sie muß reden, ihn bei Laune halten, beobachten, wie die Flasche ihn schafft, darauf warten, dass er einschläft. Laura Miranda ist einfach Wahnsinn, fängt der Mann wieder an, ohne sie aus den Augen zu lassen. Sie hat selbst den Minister den Kopf verdreht. Früher hat ihr die UNEAK geleitet. Weiß ich noch. Das ist im Vedado. Die UNEAK, sagt Laura Miranda. Wie sagst du? Das ist nicht die UNEAK, sondern die UNEAK. Auf dem Boden liegend gibt sie sich einen Ruck. Der kubanische Schriftsteller und Künstlerverband ist egal, Kleinsluder, sowieso alles dasselbe, sagt der Mann und bekommt wieder eine Erektion. Aber er will hören, wie der Minister die Sprecher von gebrochenen Herzen beglückwünscht. Noch spricht der alte Estanislau mit salbungsvoller Stimme von Musik untermalt und der Mann nachdenklich auf die Flasche konzentriert merkt, wie das Radio langsam den Geist aufgibt. Das sind die Batterien, sagt er sich. Das sind die Batterien. Er nimmt die Hand von seinem steifen Schwanz und will sie auswechseln. Er sucht in der Plastiktüte, kippt den Inhalt auf den Boden, feuchte Zigaretten, schmutzige eingeschweißte Ausweise, alte Zeitungsausschnitte, zwei sorgfältig umwickelte Batterien. Doch so sehr er mit dem Auswechseln beschäftigt ist, er muss an Laura Mirandas letzten Satz denken. Lächelt, fühlt sich wie ein Hellseher, ein Psychologe fast bei seiner Entdeckung. Wenn es um Abkürzungen geht, sind nicht alle in der Lage, die Unterschiede zu erkennen. Siehst du, bei sowas vertue ich mich nie. Du bist gewillt, vielleicht sogar ein hohes Tier und man selbst ahnt es nicht. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Laura Miranda, sagt Laura Miranda. Bei dieser Antwort lässt der Mann beinahe das Radio fallen. Die Batterien gleiten ihm aus der Hand, kullern über den Boden, aber er lässt sie kullern und mustert die Frau. Dann versucht er, ohne dass es ihm gelänge, ein Lachen zu unterdrücken. Du bist Laura Miranda, die ausgebrochene Erste. Genau, genau die. Schätz, du hältst mich wohl für einen Schrottel. Wenn du willst, erzähle ich dir eine Geschichte aus der Serie, sagt Laura Miranda. Ich sage dir, was am Ende mit dem Mädchen passiert. Schaulose Flitschen, so lausig wie du bist, könntest du froh sein, wenn du ein Fingernagel von Laura Miranda wärst. Auch wenn du es nicht glaubst, ich bin Laura Miranda. Kleines Luder, du, sagt der Mann und grübelt ungläubig, spöttisch, detektivisch, die Batterien wieder zwischen den Fingern. Lingen haben kurze Beine. Frag mich doch, was du willst, fleht Laura Miranda. Nichts will ich dich fragen. Er streckt die Hand aus, befühlt ihre Handtasche, durchsucht sie, findet den Personalausweis, schlägt ihn auf, liest, lacht sich kaputt. Laura Miranda, also, verarscht sie sich. Das ist mein Künstlername. Ja, Julia Peret, Peret, alles amtlich und ohne Zicke. Ich nenne dir die Namen aller Sprecher, den Tontechniker, den Wachmann. Seit fünf Jahren kenne ich die Leute. Ich bin Laura Miranda. Künstlern, sagte der Mann spöttisch, vom Alkohol benebelt. Dieses Märchen hilft dir nicht viel. Heute wollen doch alle Laura Miranda sein. Selbst ich könnte mich mit dem Gedanken anfreunden. Du bist Laura Miranda. Ich stelle mir vor, wie dieser Mann sich einige Minuten später auf Julia Pérez Pérez legt, als läge unter ihm Laura Miranda. Außerdem denke ich mir, dass er ihr in den Mund beißt, wie der Bösewicht aus der Serie und dabei über ihre Gänsehaut streicht, die jetzt, dank der Flasche Krakele, die zarteste Haut überhaupt ist, um sie dann mit der Gewalt seines Schwanzes zu zerreißen. Im Radio überreicht der Minister unterdessen dem tüchtigen Kollektiv von gebrochene Herzen Urkunden und die Rundfunkhörer im Land, ebenso wie die Belegschaft des Senders lauschen seinen Ermahnungen, mit wachem Geist die Herausforderung der Kultur anzunehmen, die das neue Jahrtausend bringt. Denn die nationale Identität, Compañeros, erklärt der Minister, stellt uns heute in jeder Sekunde auf die Probe und ihr, dieses selbstlose Kollektiv, tragt mit eurer vollkommenen Hingabe dazu bei, sie zu garantieren. Applaus Worte des Ministers bohrendes Geschiebe Applaus Worte Geschiebe Tränen Stimme des Ansagers starker Kaffee aus Medizinfläschchen drohender Greisenfinger Amalias forschender Augen des Wachmanns Kugelschreiber Rockis Beine der Blonden Fleckige Zähne der Pförtnerin Klapse auf die Schulter Geschiebe Applaus Worte Versprechen Geschiebe Und ein salziger Tropfen rollt über die Wange der traurigsten Frau der Welt Holja Pereth Pereth ist ein Stück Fleisch getränkt von den Dünsten und dem Speichel eines armen Wichts Sie weint spürt wie sie stirbt unter einem erschöpften Körper der zufrieden daliegt während die letzten Sätze eines Ministers im Beifall untergehen Das Schnarchen des Mannes kann den Nachklang der Rede nicht übertönen und auch die Worte des alten Stanislaw der verkündet dass im Sender nun alles wieder seinen Gang geht können den Kloß in ihrem Hals nicht auflösen Julia Pérez Pérez fleht die Dünste dieses Mannes möchten sie in einen tiefen Schlaf versenken sie braucht tiefen Schlaf blickt in verschwommene Spinnweben an der Decke hofft in tiefen Schlaf zu fallen sie sieht wie die Petroleum Lampe anflenkt zu flackern und wünscht sich tiefen Schlaf sie sieht das Messer die Plastiktüte ihrer Handtasche langsam ganz sachte wird sie sich nun von ihm los machen und als liege sie nicht unter einem schweren Körper nah am Rand einer Grube wird sie sich vorstellen müssen dass auch sie Teil der applaudierenden Menge ist in diese Richtung sollte sie denken muss sie denken sie ist eine unter vielen im Sender die sagen dass die Rede gut war so behutsam wie möglich schiebt sie einen Arm des Mannes beiseite sie geht durch das Getümmel der Kollegen die auch ihr gratulieren sie schafft es ihren Kopf vom Kopf des Mannes zu lösen sie muss mit dem Minister sprechen ein weiteres Mal zerreißt der Speichelfaden der an ihrer Schulter klebt gleich ist sie auf der Straße gleich ist sie fort von dem Mann Roke und die anderen Funktionäre umringen den Minister nur noch ihre Beine sind eingeklemmt unter den Beinen des Mannes die Pförtnerin bietet Kaffee an hält ihr das Fläschchen hin nur noch ein Bein ist eingeklemmt zwischen den Beinen des Mannes der Minister will aufbrechen winkt ihr zu grüßt sie hält einen Seufzer zurück ganz nah bei dem Mann der Minister ist verwirrt er kann sich Laura Mirandas angstvollen Blick nicht erklären sie versucht an ihn heranzutreten will ihm sagen dass sie nicht Laura Miranda ist schaut sie an sie spürt ihren nackten Körper den Körper von Julia Pérez Pérez der Minister ist verwirrt er kann sich diese Blut und Sperma Flecken bei einer so tüchtigen Künstlerin nicht erklären sie liegt nervös da direkt neben dem Mann der Minister sieht wie sie sich an die Haare fasst sie versucht zu erklären dass sie am Rand einer Grube liegt der Minister versteht nicht die Pförtnerin reckt ihr Fläschchen ruft dass sie es ja immer gesagt hat der Minister versteht nicht sie will weinen weiß dass sie nicht weinen kann und Rocke lächelt Estanislau lächelt die Pförtnerin lächelt die alte Amalia lächelt der Minister starrt ein letztes Mal auf den Schmutz an ihrem Körper verabschiedet sich durchs Fenster seines Wagens auch sie verabschiedet sich sie steht gebeugt am Rand der Grube und sieht ihn davon fahren sie atmet tief die kleine Schule steht auf dem Kopf gleich platzt ihr der Schädel alles dreht sich alle lächeln doch der bärtige Mann wundert sich in seinem Rausch dass keine Frau unter ihm liegt tastet herum findet sie wirft sie wieder zu Boden und trinkt in sie ein stammelt wortfetzen verflucht das Leben dreht sich mit im Schwindel seines Opfers als würde dieser Schwindel beim Eindringen von einer seltsamen Entladung übertragen doch im Gegensatz zu ihr ist er ein glücklicher Mensch er liegt auf einer Frau die dachte sie könnte entkommen er ist betrunken aber glücklich es ist die Macht des steifen Schwanzes der ihm diese Stöße erlaubt die Macht des Fusels die ihm die Reue nimmt die Macht einer langen Liste von Frauen die Macht des riesigen Messers und er ist glücklich und schläft wieder ein und wieder wird die Frau versuchen zu entkommen und wieder wird sie unter seinen Körper gezogen und wieder diesen Schwanz in ihrem Leib wieder und wieder neun zehn vierzehn mal im Laufe der Nacht Der Sender überträgt schon lange nicht mehr Als einzige Klage bringt das Radio Geräusche Es wird Tag Die Hähne krehen In der Ferne sind Autos zu hören Und Julia Pérez Pérez Die keines der Geräusche wahrnimmt Lässt nicht nach Ihr Körper schafft es erneut von diesem anderen Körper loszukommen Dann steht sie da völlig entkräftet und sieht den bärtigen Betrunkenen an Sie müsste laufen und kann nicht Sie müsste Laura Miranda sein und kann nicht Sie müsste vorsichtig an diesem Loch vorbeigehen und kann nicht Sie müßte aufhören an das Blut zu denken das über ihre Beine rinnt und kann nicht Sie dürfte nicht nur aus Nerven bestehen aus Schwindel und Sperma aber sie kann nicht Sie lehnt sich an die Wand hält die Tränen zurück bemerkt die ewig tastenden Hände des Mannes der wieder wach wird und greift mühsam ihren Ekel überwindend nach der Plastiktüte als wäre es ihre Handtasche schließlich weiß sie dass sie viel Zeit verloren hat In aller morgen früher läuft eine Frau nackt über eine Blumenwiese damit Felix Bécanier der längst gehen will mit seinem hellen Leinenanzug und seinem Monjou Bärtchen und der das Warten leid ist seine Zigarette noch nicht ausdrückt Der frühe Morgen die Blumen die Sonne am Horizont sie deuten darauf hin dass Felix Bécanier noch ein Weilchen außerhalb des Bildausschnitts bleiben könnte während sich das Bild der Frau die der Ansager mit salbungsvoller Stimme beschreibt im Kopf eines jeden Rundfunk Hörers verklärt als sie glücklich unter Applaus und Gekiekse von Gefühlen überschwemmt in der letzten Folge der Serie auftritt Doch an diesem gewöhnlichen Morgen ist an Blumen nicht zu denken Genauso wenig an Zeitlupen Aufnahmen salbungsvolle Stimmen oder auch nur die Zigaretten von Felix Bécanier wenn sein Schuh sie ganz im Stil der 50er Jahre ausdrückt Die Frau tritt nicht auf Und der große Künstler zieht für immer sein Leinensacko über und geht Ein weiteres Mal von allen vergessen In der Kehle alle Trauer dieser Welt So viel Das Keuchen das Blut das Sperma der Mundgeruch ein geschliffenes Messer das alles flutet in die Erinnerung genauso der nackte Körper dieses bärtigen Mannes der fest entschlossen ist das Bild zu vernichten sie sie es auszulöschen mit einem unbeholfenen lauf und rutscht aus fällt hin steht auf fällt wieder hin doch sie lässt die Plastiktüte nicht los ihre Handtasche liegt noch immer neben einer Grube die Tüte enthält die Vergangenheit des Mannes feuchte Zigaretten Zeitungsausschnitte Ausweise die ihn für alle Zeiten im Elend versenken könnten er weiß es aber sie denkt weder an Plastiktüten noch an Handtaschen sie will nur leben sich für immer den scharfen Groll eines Messers entziehen ein tristes lakonisches Bild weit entfernt von seinem Ursprung wenn man sich vorstellt dass dieser bärtige Mann weiß dass am Ende des Weges eine hohe Mauer ein großes Haus umgibt und Schluss machen wird mit dem ganzen Gekeuche deshalb ist er so zuversichtlich wenn diese Mauer vor seinen Augen erscheint eine Mauer wie um ein großes Gut dann wird er das Rennen gemacht haben finale mit Messer im Bauch der Heldin die ganz verwirrt ist weil eine Mauer ihr diesen Streich spielt eine hohe langgezogene schützende Mauer Gebieterin über alle Grenzen wenn ein Messer naht doch der Zufall diese Kapriole des Schicksals Willes dass Laura Miranda für einen Augenblick nicht Julia Pérez Pérez ist damit sie wenigstens einmal das Glück auf ihrer Seite hat das Glück in Form einer Gruppe erwartungsvoller Menschen oben auf der Mauerkrone die ihr zurufen du kannst nicht einfach sterben Laura Miranda wenn du stirbst wenn sie dich umbringen wer wird uns dann schöne Geschichten erzählen um die anderen zu vergessen wer wird uns die Träume schenken wie nur du kennst wer wird die Enttäuschungen fortzaubern die Schlaglöcher die langen Schlangen die einstürzenden Häuser die Tod die Traurigkeit die Tod wenn du stirbst wenn du dich umbringen lässt du kannst nicht einfach sterben Laura Miranda dort oben sitzen sie und fiebern der Minister Rocky die Pferdnerin der alte Ansager der Mann mit dem Kofferradio aus dem Bus der mit der Aktentasche die blonde die alte Dame mit dem Einkaufsnetzen die Oberstufenschüler die Gäste aus der Bar und selbst Felix Becarnier sie fiebern und rufen und winken zeigen auf das Loch dort in der Mauer damit diese nackte Frau in ihrem müden Lauf nicht an Schwung verliert Rückhalt spürt sich getragen fühlt davon fliegt wie ein Engel aus dem Märchen als das Messer gerade in sie eindringen will mitgerissen aufgeregt noch in der Hitze ihrer Kommentare können Laura Mirandas Bewunderer bezeugen wie sie durch die Öffnung sprang von ihrem Stützpunkt aus sehen sie sie auf die andere Seite fallen als wäre sie nicht Julia Pereth Pereth die Höhe der Mauer wird für sie niemals exakt zu bestimmen sein noch die Länge des geschliffenen Messers noch die Angst oder das Keuchen des bärtigen Mannes der fluchend resigniert verblüfft auch er kehrt macht bevor ihn jemand nackt und mit einem gewissen Messer entdeckt Ende einer glücklichen Tragödie Als guter Serienbösewicht wird er das ist anzunehmen für alle seine Taten büßen denn Laura Miranda hat die Plastiktüte nicht losgelassen Ende einer glücklichen Tragödie Tragödie wenn sie ihn von der Mauer aus mit seiner ganzen Traurigkeit davon gehen und ein schäbiger Vorhang fällt Ende einer glücklichen Tragödie Wenn über mit mit Hunde mit Hunde mit fühlt sich schuldig eine Frau die glücklich ist über die nächtliche Orgie und die andere für immer gezeichnet die zittert und zu Boden sinkt. Sie hörten Alberto Guerra Naranjo Gebrochene Herzen unter anderen Umständen Aus dem Spanischen übersetzt von Thomas Brauvut Erschienen in Cubanissimo Junge Erzähler aus Kuba Surkamp Verlag Frankfurt 2000 Lesung Marc Pusch im Jahr 2021 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020